Okay, wir kommen zurück zu Metro-Lust, Leute. So, wieder so eine beschissene Schlange hier. Dem Wohen, geh weg. Fuck. Verdammte Scheisse. Schrimps. Ich muss sich rennen. Nein! Nein! I believe I can die. I believe I can touch this guy. Mist. Verdammt, die Axt. Wo muss ich hin? Nein, schon wieder. Nein, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Was? Renn, du Sau. Renn, 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 renn. Verdammt, der Scheisse. Krass. Ist das Ding löschen? Schneller als 9 dran Shotgun Und die helfen was gegen die Dreckssicher Was haben wir hier? Ein Ziegenkanister, sind hier noch teuer Ja genau, gescriptet Aaaaah Fuck, was war anders? Grüner Mars, Mensch New Widow Abgeschützt Flugzeug Ich will das hier rauskommen Ich will das hier rauskommen Ich will das hier rauskommen Ich will auch zu shaken Okay, jetzt habe ich Was soll denn das sein? Minen Pfff Pfff Randdinge Nehmen wir die mal auf C Haben wir die jetzt ausgewählt Pfff Wo geht's hin? Das ist keine Treppe oder so Dann müssen wir wieder dort raus Ja Sieht wohl so aus Kenn ich nicht Du kennst mich nicht Ist doch alles gut Ok Ich habe gesagt, ist doch alles gut du Fotzenvieh Ich muss da hoch Fuck, 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 fuck Renn, 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 renn Ich fahre mich selber an Ich fahre mich selber an Ich fahre mich selber an Verdammt der Scheiße, wieso kann ich da nicht durchlaufen Wieso kann ich da nicht durchlaufen Weil ich's dort rumbacken Ich muss da raus Ich muss da raus Wieso komm ich jetzt hier wieder raus Wieso komm ich jetzt hier wieder raus Hier renn mir immer noch hinterher, Mann da konnte ich nicht rüber da kann man nicht rüber wieso kann ich da nicht dann weitergehen ich schwebe in der luft, könnte meine füße sehen es geht da hinten weiter oder was da geht es ja nicht weiter also schätze ich mal dass es nichts hier gebracht hat entlang zu gehen hier geht es weiter fehlte austauschen fuck fuck dämon vorne dreck sicher folgen mir auch verdammte scheiße ne verpiss dich mann du schlampe ok ich schreibe jetzt einfach weg wo geht es weiter aber sag mal du arschloch ich sehe dreck sicher die verfolgen einen so heftig lasst mich in ruhe scharfschützengewehr ok hier haben wir eine Maske das bringt uns aber nichts wir müssen hier weiter ich weiß aber nicht wohin na ich schau mal kurz aus dem Fenster raus vielleicht sehen wir da was zu gehen müssen es ist dort hinten auf jeden Fall definitiv nichts wenn du dich nicht mehr raus kannst wenn du dich nicht mehr raus kannst Ich gehe vollkommen im Kreis, ich habe keine Ahnung wo ich hin muss, wenn wir einen scheiß Kompass Was soll ich nicht herausfinden, die ich nicht gewiss Hier gehts auch nichts weiter Fuck Was ist doch egal Was gibt's doch nicht Was gibt's doch nicht Was gibt's doch nicht Fuck, ich bin gerade erschroffen. Dämlich ist Dreck-Zie. Glaube ich jetzt im Kreis oder was? Ganze scheiße, ich bin im Kreis gelaufen. Da war eine Falle drin. Ach, toll. Was soll denn das sein? Eine PP ist... Eine PP90. Ha, genial. Ja, Leute, bis ich das rausgefunden habe, sehen wir uns dann im nächsten Part. Bis dahin sage ich ciao und joke out. Sorry.